Ja, also ich bin ja eher so ein spontaner Typ. Wegen Homeoffice muss ich jetzt weniger ins Büro und bin deswegen öfters zu Hause. Aber falls ich doch ab und zu zu arbeiten muss, dann nehme ich für die Fahrt mit Bus und Bahn mein 10er Tagesticket. Das sind 10 Fahrten innerhalb eines Monats, frei wählbar. Also ideal für so super Spontane wie mich. Und flexibel, keine Abo-Bindung und viel günstiger als normale Tagestickets ist es auch noch. Gibt's digital, über Smartphone. Also ideal für mich und auch für dich.